Noch kleiner als Minigolf? Ja, das geht beim Mikrogolf. Die Figur ist 12 Zentimeter groß. Ihr Clou die schwenkbare Verbindung Arm-Golfschläger. Damit haut der Kleinsportliebhaber das Bällchen quer durch den Raum. Hindernisse? Also ich hab mal versucht hier über den Tresen zu spielen und bin dann oben in dieser Konstruktion gelandet. Da konnte ich dann leider nicht mehr weiterspielen, weil irgendwie das Wackeldeil ist da oben. Die treuesten Fans hat Mikrogolf in Hamburg. Hier gibt es seit kurzem einen eigenen Verein, der alle zwei Monate Turniere veranstaltet. Ob auf Knien rutschen oder sich gleich hinlegen, Mikrogolf fordert totalen Körpereinsatz. Ich muss sagen, bei mir schmerzt gar nichts. Vielleicht liegt es auch am Alter, dass ich also in den Knien gar nichts mehr spüre, regelrecht. Ja, macht einfach Spaß. Manchmal frustrierend, aber wenn man dann trifft und wenig Schläge hat, dann ja, dann freut man sich.